So, Onkel Franz, den Mantel. Hier, Onkel Franz, ich hab dir ein bisschen Kuchen eingepackt. Der hat ja doch so gut geschmeckt. Ist dieser Herr dein neuer Verehrer? Also, gefällt mir außerordentlich. Ganz anders wie dieser Goethe oder... Wie hieß der noch? Hans, Hans Beimer. Das ist Erich Schiller, den kennst du doch. So, jetzt aber los, sonst wecken wir Lea noch auf. Ich denke, dass wir uns irgendwo begegnet sind. Waren sie an der Front? Haben sie gedient? Onkel Franz, als der Krieg fast zu Ende war, da war Erich ja noch gar nicht geboren. So, jetzt aber los, sonst machen wir Lea noch wach. Ach, hallo, Maya. Wie geht's dir denn? Also, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Sie ist so schmal geworden. Ich will jetzt endlich nach Hause!